Squid Game-Star Oh Jung-Soo, aufgrund sexuellen Fehlverhaltens In Squid Game, der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, verkörperte der südkoreanische Darsteller Oh Jung-Soo, 78, den Spieler mit der Nummer 001. In seinem Heimatland ist der erfahrene Meme nun des sexuellen Fehlverhaltens angeklagt worden. Oh soll im Jahr 2017 den Körper einer Frau auf unangemessene Weise berührt haben. The Variety berichtet. Der Darsteller bestreitet die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und befindet sich nach wie vor auf freiem Fuß. Die Beschwerde gegen Oh ging demnach im Dezember vergangenen Jahres bei der Staatsanwaltschaft in Suvor südlich von Seoul ein. Im April 2022 sei der Fall zu den Akten gelegt, doch im Anschluss wieder eröffnet und neu untersucht worden. Darsteller Oh erklärte dem südkoreanischen Sender JTBC, ich hielt lediglich ihre Hand, um sie um einen See herumzuführen. Oh habe sich bei der Frau dafür entschuldigt. Der Squid Game-Star gibt an, im Laufe seiner Jahrzehnte über spannenden Schauspielkarriere in über 200 Theaterproduktionen mitgewirkt zu haben. Für seine Darstellung von Spieler 001 in der Netflix-Serie Squid Game wurde er in diesem Jahr mit einem Golden Globe als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Das südkoreanische Kulturministerium soll bereits die zufolge nach bekannt werdende Anklage einen Werbespot mit O zurückgezogen haben.